Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video zur klassischen Algebra, dieses Mal mit dem Titel Substitutionsmethoden für Polynomiale Gleichungen. In dem Video klassischer Algebra Nummer 13 hatte ich ja schon erwähnt, dass Polynomiale Gleichungen vom Grad größer als 4 im Allgemeinen nicht durch Radikale auflösbar sind. Ausnahmen davon sind allerdings einige wenige Sonderfälle, von denen ich Ihnen in diesem Video ein paar vorstellen möchte. Aus den letzten Videos wissen wir bereits, dass jede quadratische und jede kubische Gleichung als auch jede quartische Gleichung immer durch Radikale auflösbar ist. Und das gilt insbesondere für die drei hier oben rechts links im Bild aufgeführten einfachen Sonderfälle. Wir betrachten dazu einmal eine beliebige natürliche Zahl n sowie die komplexen Koeffizienten a, b, c, d, p und q und die drei Gleichungen, die Sie hier sehen, die ich mit 1, 2 und 3 durchnummeriert habe. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass sich alle diese drei Gleichungen durch ein und dieselbe Substitution auf eine quadratische Gleichung führen lassen im Pfeil Nummer 1, auf eine kubische Gleichung im Pfeil Nummer 2 bzw. auf eine quartische Gleichung im Pfeil Nummer 3. Und diese Substitution sieht hier folgendermaßen aus. Ich führe dazu eine neue Variable einmal ein, beispielsweise w und wir definieren uns, w soll die Potenz z hoch n sein. Setzen Sie jetzt z hoch n gleich w in die erste Gleichung ein, dann erhalten Sie hier die gewöhnliche quadratische Gleichung, jetzt allerdings in der Variablen w und die lautet dann w² plus p mal w plus q ist gleich 0. Mithilfe der pq-Formel erhalten Sie also zwei Lösungen hier für diese Gleichung. Und mit diesen beiden Lösungen gehen Sie dann in diese Substitution hier unten hinein und würden dann für z jeweils, wie jede Lösung, n Wurzeln erhalten. Also insgesamt, so wie das nach dem Fundamentalsatz der Allgeber auch sein muss, würde die Gleichung 1 dann im komplexen 2n Wurzeln bzw. 2n Nullstellen liefern. Gehen wir mit dieser Substitution jetzt in die zweite Gleichung hinein, dann erhalten wir hier eine reduzierte kubische Gleichung, die dann beginnt mit w hoch 3 plus a mal w² plus b mal w plus c ist gleich 0. Und wie man diese normierte kubische Gleichung löst, das hatte ich ausführlich erklärt in dem Video, und das vermerke ich hier noch einmal, in dem Video klassische Allgeber Nummer 9. Also im Wesentlichen lösen wir solche Gleichungen immer mithilfe der gardanischen Formeln. Und schließlich, wenn wir jetzt mit dem Ansatz z hoch n gleich w in die Gleichung Nummer 3 hineingehen, dann erhalten wir in diesem Fall jetzt hier eine normierte quadrische Gleichung, also eine Polynomgleichung vierten Grades und die startet hier in diesem Fall mit w hoch 4. Dann geht es weiter mit a mal w hoch 3 plus b mal w² plus c mal w plus d ist gleich 0. Und diese quadrische Gleichung lässt sich auch lösen mit einem Verfahren. Und diesen Lösungsalgorithmus habe ich ausführlich erklärt in den beiden Videos, das schreibe ich hier auch noch einmal hin, klassische Allgeber Nummer 14 und im Video klassische Allgeber Nummer 15 finden Sie das. Es gibt jetzt aber allerdings auch Aufgaben, die nicht sofort in eine so einfache Kategorie fallen, wie in den eben dargestellten drei Sonderfällen. Um derartige Aufgaben dann lösen zu können, bedarf es zum einen eine gute Beobachtungsgabe und zum anderen etwas Geschick und vor allen Dingen ein gewisses Maß an Kreativität, um auf eine durch radikale darstellbare Lösung zu kommen. Das heißt, wir müssen bei allen Aufgaben irgendwie auf einen dieser drei Sonderfelde kommen letztendlich. Ich möchte Ihnen dazu jetzt einmal zwei ganz konkrete Beispiele vorstellen. Das erste Beispiel habe ich hier schon einmal vorbereitet. Sie sehen ja also in der ersten Zeile eine Gleichung achten Grades letztendlich, denn wir haben hier acht Klammern mit Linearfaktoren versehen vorliegen. Wenn Sie diese ganzen Klammern einmal naiberweise ausmultiplizieren würden, dann erhalten Sie die Darstellung, die Sie hier in der zweiten Zeile sehen. Das heißt, das Ganze beginnt hier mit x hoch 8, dann geht es immer so weiter und wir haben dann als absolutes Lied hier stehen, 146.160 ist gleich 0. Und dieses naive Ausmultiplizieren führt jetzt im Prinzip zu einer scheinbar unlösbaren Gleichung, wenn Sie sich das hier einmal anschauen. Wir sehen hier aber in unserer Originalaufgabe in der ersten Zeile irgendwie eine Regelmäßigkeit, denn die Zahlen, die hier in den Klammern stehen, bilden sozusagen eine arithmetische Folge mit dem Abstand, mit dem Folgenabstand 2. Es beginnt bei minus 1. Minus 1 plus 2 gibt 1. Plus 2 gibt 3. Plus 2 gibt 5. Plus 2 gibt 7. Wir werden jetzt einen anderen Weg einschlagen, indem wir jetzt einmal zwei Klammern aus unserer Originalaufgabe nehmen und diese beiden Klammern einmal ausmultiplizieren. Und ich unterstreiche einmal die Klammern, die wir jetzt benutzen in Rot, also einmal den Term x minus 1 und einmal den Term x plus 13. Die beiden kann ich hier einmal ausmultiplizieren. Und wenn wir das machen, erhalten wir folgenden Ausdruck, nämlich x² plus 12x, ja und dann minus 13 offensichtlich. Dann verfahren wir so weiter, indem wir jetzt die beiden blau unterstrichenen Ausdrücke uns anschauen und auch diese ausmultiplizieren. Das würde hier liefern x² plus 12x, diesmal aber plus 11. Und dann betrachten wir die beiden grünen unterstrichenen Ausdrücke und multiplizieren diese aus. Das liefert dann hier wieder x² plus 12x, ja und 3 mal 9 gibt 27, also plus 27 und schließlich die letzten beiden Klammern, die ich hier in hellblau einmal unterstreichen möchte, liefern dann ebenfalls wieder x² plus 12x und 5 mal 7 gibt 35. So, dann haben wir immer noch hier diese Zahl hier hinten stehen, nämlich die minus 11.025. Und das Ganze muss natürlich gleich 0 sein. So, wie verfahren wir jetzt hier weiter? Wir sehen also, dass offensichtlich aus diesen 8 Klammern, die hier oben in unserer Originalaufgabe stehen, sich diese 8 Klammern reduzieren lassen auf 4 Klammern. Allerdings hat jede Klammer jetzt ein Polynom zweiten Grades dort stehen. Und wir werden jetzt folgenden Trick hier anbinden. Wir sehen nämlich, in jeder Klammer sind die ersten beiden Summanden, also x² und 12x, jeweils gleich. Und wir können jetzt durch eine geschickte Transformation, durch eine sogenannte lineare Chirnaustransformation, den Term 12x in jeder Klammer beseitigen. Das gelingt hier also durch eine weitere Substitution, die schreibe ich hier rechts mal hin. Wir werden jetzt also ersetzen unsere Variable x per Definition durch eine neue Variable, nämlich z minus 6. Das rahme ich hier auch gleich einmal ein. Wenn wir also die Lösung für z gefunden haben, dann können wir mit dieser Substitution sozusagen auch die Lösung für x finden. Daraus folgt dann, wenn wir uns den Ausdruck x² plus 12x jetzt einmal anschauen und unsere Substitution dort einsetzen, erhalten wir z minus 6 in Klammern zum Quadrat plus 12 mal in Klammern z minus 6. Multiplizieren wir die erste Klammer aus, erhalten wir z² minus 12, z plus 36 plus, und jetzt die zweite Klammer ausmultipliziert, gibt 12z minus 72. Fassen wir das Ganze einmal zusammen, wir sehen aber hier zunächst einmal, dass der Term 12z sich hier offensichtlich heraushebt, sodass wir insgesamt hier schreiben können, das liefert eigentlich nur noch z² und 36 minus 72 können wir zusammenfassen zu minus 36. Das heißt insbesondere, wir können jetzt in jeder dieser vier bunten Klammern, die hier stehen, die ersten beiden Summanden ersetzen durch z² minus 36, sodass wir erhalten z² minus 36 plus, äh minus 13 gibt dann minus 49 in der ersten Klammer, in der zweiten Klammer dann z² minus 36 plus 11 sind minus 25 und in der grünen Klammer erhalten wir z² minus 36 plus 27 gibt dann minus 9 und schließlich in der hellblauen Klammer erhalten wir z² minus 1 und dann immer noch diese Zahl minus 11.025 und das Ganze muss immer noch 0 sein. So, dann werden wir jetzt im nächsten Schritt doch einmal diese ganzen vier Klammern hier ausmultiplizieren und erstaunlicherweise wird uns das tatsächlich in diesem Fall zu einer Lösung führen. Und warum uns das hier gerade zu einer Lösung führt, das werden Sie gleich sehen. Wenn ich das jetzt alles hier ausmultipliziere, dann erhalten wir folgenden Ausdruck, den möchte ich im Einzelnen allerdings hier nicht vorrechnen, sondern Ihnen einfach nur das Ergebnis mitteilen. Versuchen Sie das selber mal auszurechnen. Wir erhalten dann hier einfach z hoch 8 minus 84 z hoch 6 und dann geht es weiter mit einer relativ hohen Zahl, nämlich mit 1.974 z hoch 4. Jetzt werden die Koeffizienten immer größer. Wir erhalten dann noch 12.916 z² und siehe da, diese lästige Zahl 11.025 hebt sich hier tatsächlich gerade heraus. Das ist natürlich kein Zufall. Ich habe die Aufgabe natürlich so konzipiert, dass das Verfahren ja auch funktioniert. Sie sehen jetzt hier, was hier übrig bleibt. Wir haben hier eine Summe und in jedem Summanden können wir offensichtlich hier ein Z² ausklammern. Das wird jetzt der nächste Schritt sein. Wir können also schreiben Z² und dann bleibt hier in der Klammer letztendlich stehen nur noch z hoch 6 minus 84 z hoch 4. Dann geht es weiter mit 1.974 z² und wir erhalten jetzt ein absolutes Lied, nämlich minus 12.916 und das Ganze muss immer noch 0 ergeben. Wir wissen, ein Produkt wird 0, wenn einer dieser beiden Faktoren 0 wird. Das heißt, es könnte z² gleich 0 werden oder aber der Inhalt dieser eckigen Klammer wird 0. Und den schreibe ich jetzt einfach nochmal hin. Also z hoch 6 minus 84 z hoch 4 plus 1.974 z² minus 12.916 ist gleich 0. z² gleich 0, ja da brauchen Sie eigentlich nur die Wurzel zu ziehen. Dann halten wir hier zwei Lösungen. z1, z2 wäre hier 0. Gehen wir dann in die oben rechts eingerahmte rote Substitution hinein. Dann können Sie sofort x ausrechnen. Dort oben steht ja noch x ist gleich z minus 6. Also in unserem Fall 0 minus 6. Dann halten wir die ersten beiden Lösungen, die in unserem Fall jetzt hier real sind. Also x1, z2 wäre minus 6 in beiden Fällen. Dann kümmern wir uns jetzt um die Gleichung hier, um die normierte Gleichung sechsten Grades und diese Polynomgleichung sechsten Grades. Die können wir allerdings jetzt durch eine Substitution überführen auf eine normierte kubische Gleichung. Also wir werden eine weitere Substitution jetzt hier benötigen. Ich definiere mir als W hier folgenden Ausdruck, nämlich die Potenz z². Dann erhalten Sie hier aus dieser eingerahmten Polynomgleichung sechsten Grades jetzt die normierte kubische Gleichung, die dann folgendermaßen aussieht, nämlich W hoch 3 minus 84 W² plus 1974 W minus 12.916 ist gleich 0. So das ist hier also, wie Sie sehen, eine normierte kubische Gleichung. Wie man die löst, hatte ich ausführlich schon mal dargestellt oder gezeigt im Video klassische Eingeber Nummer 9. Das schreibe ich hier vielleicht noch einmal hin. Ich möchte diese Rechnung im Einzelnen hier nicht durchführen. Das würde nur unnötig viel Zeit hier rauben. Das können Sie selber einmal probieren. Der erste Schritt wird sein, diese normierte kubische Gleichung zu transformieren auf eine reduzierte kubische Gleichung und danach kann man dann die kardanischen Lösungsformeln anwenden. Ich möchte vielmehr ein zweites interessantes Beispiel einmal hier betrachten. Wir betrachten jetzt einmal folgende Gleichung. In Klammern steht hier x minus 1 hoch 5 plus in Klammern x plus 3 hoch 5. Und das Ganze soll sein, und auf der rechten Seite steht jetzt hier die exotische Zahl 1042 mal x plus 1. Man könnte jetzt hier, wenn man das naiv sich hier anschaut, einmal wieder alles ausmultiplizieren und würde dann auf folgende Darstellung hier kommen, die wieder scheinbar unlösbar aussieht. Und zwar erhalten Sie dann, das möchte ich hier auch im Einzelnen nicht vorrechnen, ich schreibe das Ergebnis einfach nur mal an, 2 mal x hoch 5 plus 10 mal x hoch 4 plus 100 x hoch 3 würden Sie hier erhalten, dann geht es weiter mit 260 x² und als vorletzten Summanden minus 632 x und das absolute Glied lautet hier 242 ist gleich 0. Dabei habe ich natürlich die rechte Seite gleich auf die linke Seite mit rübergebracht und alle Terme nach Potenzen sortiert, wie Sie sehen. Wir erhalten also hier eine kompliziert erscheinende quintische Gleichung. Ich möchte Ihnen aber nicht vorenthalten, Sie können tatsächlich hier durch Raten einer Nullstelle oder durch mehrere Nullstellen den Grad dieses Polynoms hier so weit oder dieser Gleichung so weit reduzieren, dass Sie letztendlich auf eine quadratische Gleichung hier kommen würden. Ich möchte hier aber ein anderes Lösungsverfahren einmal anwenden und zwar durch eine trickreiche Substitution, die ich hier einmal rechts hinschreiben möchte. Und zwar schauen wir uns mal die beiden Klammern an, x minus 1 und x plus 3, das sind ja die Klammerinhalte auf der linken Seite des Gleichheitszeichens. Wenn wir jetzt beispielsweise einmal die Variable x umdefinieren als z minus 1, dann würde ja unsere Aufgabe hier folgendermaßen übergehen mit dieser Substitution. Aus x minus 1 würden Sie dann erhalten offensichtlich z minus 2 in Klammern hoch 5 und aus x plus 3 würde dann entstehen z plus 2 in Klammern hoch 5. Und auf der rechten Seite steht dann 1042 mal z. Und diesen Trick oder diese Substitution, die rahme ich hier schon einmal ein, auf die werde ich dann im Verlauf des Videos später noch einmal zurückkommen. So, was werden wir jetzt machen? Wir werden jetzt Folgendes machen. Und zwar werden wir jetzt diese Klammern hier ausmultiplizieren und der Klammerinhalte sieht hier ziemlich symmetrisch aus. Wir haben einmal z minus 2 hier stehen und einmal z plus 2 und das Ganze schreit jetzt nach dem binomischen Satz beziehungsweise nach dem Pascalischen Dreieck. Und das sehen Sie hier rechts in dem blauen Kasten einmal hingeschrieben. Wir konzentrieren uns hier einmal auf die letzte Zeile, also auf den Ausdruck a plus b hoch 5 und da sehen Sie hier die Koeffizientenfolge, die hier entsteht, die rahme ich hier einmal in rot ein. Wir halten also die Koeffizientenfolge 1, 5, 10, 10, 5, 1. Und wir würden gerne jetzt einmal anfangen, die erste Klammer hier mithilfe des binomischen Satzes hier auszumultiplizieren. Dabei müssen wir bedenken, dass die Vorzeichen hier alternierend mit plus beginnt, dann kommt minus und so weiter und so weiter. Es geht hier los mit einmal z hoch 5 mal 2 hoch 0. Wir halten also einfach nur z hoch 5. Dann kommt ein negatives Vorzeichen aufgrund dieses negativen Zeichens in der Klammer hier. Das nächste Koeffizient sieht hier so aus. Da steht eine 5. Dann geht es weiter mit z hoch 4. Multipliziert mit 2 hoch 1. Also wir können mal 2 schreiben. Dann kommt ein positives Vorzeichen. Dann der Koeffizient 10 mal z hoch 3. Multipliziert mit 2 zum Quadrat. Dann geht es weiter mit dem nächsten Koeffizienten, der wieder 10 lautet. Aber wir müssen hier bedenken, jetzt kommt minus 10 mal z Quadrat multipliziert mit 2 hoch 3. Dann geht es mit plus weiter und 5 haben wir dann hinzuschreiben. z hoch 1, also einfach nur z mal 2 hoch 4. Dann zum Schluss minus z hoch 0 oder einmal z hoch 0. Brauchen wir nicht hinschreiben. Und 2 hoch 5. Dann schauen wir uns die zweite Klammer an. Schreiben die da unter hin. Wir erhalten dann im Prinzip dasselbe. Bloß, dass wir überall jetzt positive Vorzeichen hinschreiben müssen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einmal. Ich schreibe das alles einmal hier hin. So, plus 10 mal z Quadrat mal 2 hoch 3 plus 5 mal z mal 2 hoch 4 und zum Schluss plus 2 hoch 5. Und auf der rechten Seite ist nicht zu vergessen, dort steht immer noch 1042 mal z. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt diese beiden Ausdrücke hier auf der linken Seite zusammenfassen und gleichzeitig, was rechts steht, nämlich diese 1042 z mit auf die linke Seite mit rüberziehen und dann die Ausdrücke nach Potenzen sortieren. Wenn man das macht, erhalten wir hier z hoch 5 plus z hoch 5 wäre 2 mal z hoch 5. Dann haben wir 5, also wir sehen natürlich erstmal, dass sich hier einige Terme natürlich rausheben, die jeweils mit unterschiedlichen Vorzeichen hier stehen. Die streiche ich hier einfach mal in rot hier ganz schnell raus. Dann sehen wir hier, wir haben dann 10 mal 2 hoch 2 hier stehen. Das gibt 40 z hoch 3 in der ersten Zeile und nochmal 40 mal z hoch 3 in der zweiten Zeile gibt es zusammen, also 80 mal z hoch 3. Dann geht es weiter mit den linearen Termen, 2 hoch 4 mal 5. Das gibt wieder 80 in der ersten Zeile, 80 in der zweiten Zeile, also insgesamt 160 z minus 1042 z. Wenn wir das zusammenfassen, erhalten wir hier 882 z und das Ganze muss dann 0 sein. Sie sehen, dass man aus dieser quintischen Gleichung hier offensichtlich ein z ausklammern kann, so dass hier in der Klammer übrig bleibt, 2 mal z hoch 4 plus 80 mal z Quadrat minus 882 ist gleich 0. Und wir wissen, dass ein Produkt 0 ist, wenn einer der beiden Faktoren 0 wird. Das heißt also z könnte 0 werden. Oder aber der Inhalt dieser Klammer wird 0 und den dividieren wir gleich einmal durch 2. Das können wir ja machen, dann erhalten wir z zu 4 plus, ja hier muss 80 stehen. Ich habe eine 0 vergessen, Entschuldigung hier oben. Aus 80 wird dann 40 z Quadrat und 882 durch 2 gibt 441 und das Ganze muss 0 sein. z gleich 0 führt natürlich sofort auf die Lösung, ja wenn wir mal schauen, wie unsere Substitution aussah, x war z minus 1, also können wir hier schreiben, unsere erste Lösung x1 wäre 0, minus 1 wäre also minus 1 und die weiteren vier Lösungen unserer quintischen Gleichung werden jetzt aus dieser quartischen nummierten Gleichung entstehen und die können wir überführen mit einer weiteren Substitution, die ich hier rechts einmal hinschreiben möchte. Und zwar werden wir jetzt hier folgende Substitution durchführen und zwar w definieren wir uns als z Quadrat. Dann geht doch unsere quartische Gleichung über in einen Sonderfall und zwar erhalten wir damit dann gerade w Quadrat plus 40 mal w minus 441 ist gleich 0. Mit Hilfe der Lösungsformeln für quadratische Gleichung erhalten wir hier die beiden Lösungen w1, w2 ist gleich minus p halbe, also minus 20 in diesem Fall, plus minus die Wurzel aus 20 zum Quadrat, ja das gibt 400 plus 441, ja das schreibe ich gleich einmal hin, das sind 841. Die Wurzel aus 841 lässt sich hier ziehen, das gibt 29, also erhalten wir hier zwei Lösungen. W1 wäre minus 20 plus 29 und das gibt gerade 9. Damit können wir in die Substitution hineingehen, die rahme ich hier nochmal ein. Wir können damit z ermitteln, also z Quadrat müsste 9 sein. daraus resultiert dann z1 gleich 3, z2 wäre dann in diesem Fall minus 3 und wenn wir hier oben in die rot eingerahmte Substitution hineingehen, erhalten wir jetzt hier den zweiten Wert für x, nämlich z1, also 3 minus 1 wäre gerade 2 und der dritte Wert für x wäre hier in unserem Fall minus 3, minus 1 wäre hier minus 4. So, wir haben aber noch eine Möglichkeit für W vorliegen. W könnte ja auch sein, das wäre also der zweite Wert für W, der möglich wäre, nämlich minus 20 minus 49, also minus 20 minus 29, das gibt dann minus 49 und das ist dann z Quadrat. Und wenn Sie hier die Wurzel ziehen, erhalten wir hier zwei weitere Lösungen, z Nummer 3 und Nummer 4, die würden jetzt hier plus minus die Wurzel aus minus 49 gibt, plus minus 7i letztendlich. Und damit erhalten wir die weiteren konjugiert komplexen Lösungen, x Nummer 4 wäre ja nach der obigen rot eingerahmten Substitution z minus 1, also einmal 7i minus 1 und schließlich x Nummer 5 wäre hier minus 7i minus 1. Und damit hätten wir also alle fünf Lösungen unserer quintischen Gleichung, also unseres zweiten Beispiels hier gefunden. und damit wir alsstäblich. Und damit wir auch um viele Dinge, die wir hier nahmen, dass wir also die Wurzel ausbauen, die wir uns die Wurzel ausbauen und zu der Leer uns den Begrünen,